Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Raft. Wir wollten heute ein bisschen Eisen sammeln. Machen wir das mal so, und so, und so, und so, das machen wir mal so. Essen sollte ich vielleicht nicht schnell was. Auch bei dem Seegang. Rein da. Und dann sagen wir mal Tschüss. Sehr brav. Schrott. Ich habe kein bisschen Schrott mehr. Schrott ist wichtig. Schrott ist sehr wichtig. Ah. Schauen wir da mal. Mal Luft holen. Kupfer. 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 Mist. Schrott. Sand. Kupfer. Mist. hat mich erwischt Schauen wir mal, wie erfolgreich das jetzt war Also, wir haben sieben Eisen Geht Sechs Kupfer Ein bisschen Schrott Aber dafür brauche ich jetzt einen neuen Angehacken Ich brauche Seilplanken und Bolzen Seilplanken und einem Bolzen Jetzt haben wir wieder alles Auch eindeutig mehr Schrott So, nächsten Küder Ein bisschen Wasser Jetzt machen wir noch etwas zur Lebensregeneration Ein Teil des Boots habe ich ja schon schön verstärkt Und rein da Heil Kein Heil Ei Ei Wieso ist da kein Heil? Okay, jetzt ist er da Passt Kupfer 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 Schrott Schrott Noch mehr Schrott Noch mehr Schrott Mal da nach unten Kiste nehmen Schrott nehmen Schrott nehmen Auftauchen Da unten ist noch mehr Auftauchen Mal runter Eisen 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 Noch mehr Eisen Kupfer Wieso ist da unten Vögel höher? Weiß ich nicht Gehen wir mal nach oben Okay, der Heil ist fertig Ich habe es befürchtet Passt So, was haben wir jetzt mit nach Hause gebracht? Gehen wir nach oben Bringen wir das mal da rein Das waren jetzt acht Eisen Fünf von denen Einen Bolzen Und zehn Schrott Ist okay Würde ich sagen Angel Ein paar Planken Per Seiler So Da rein Planken bleiben in der Hand Hammer kommt auch da rein Machen wir das Ganze So und so Ich gehe jetzt mal angeln So Ich möchte noch mehr Eisen holen Und ich habe nur noch einen Heilkühler Oh Mann Ja, man sieht, man hat deutlich mehr Zeit Darf ich jetzt endlich angeln, du Heil? Ich möchte doch nur ein paar Haiköder basteln Ist eh alles für dich Warte doch ein bisschen Zurück Du Wenn du voyez See Kann ich eigentlich die Seiten auch anmalen? Habe ich das schon probiert? Na, du hei! Geh einfach weg von meinem Brutuhai. Weg da. Ja, da kannst du anbeißen, aber ich weiß nicht, wie ich rausziehen soll. Einmal so fest anziehen oder so. Ach, jetzt wechselt daher wieder Seite. Kann ich jetzt Pfeil und Bogen mit? Das wäre toll. Schöner Sonnenuntergang mit Haiflosse davor. So, schauen wir mal Haiköder. Kann man zwei basteln? Das ist immerhin schon was. Jetzt habe ich extra noch eine zweite Angel. Also ich denke, ich bleibe da, weil Holz und Seil an das komme ich eigentlich recht einfach. Jetzt bräuchte ich nur mehr Bäume am Pflanzen und hätte sie sogar immer ein Boot. Quasi. Es wird dunkel. Das heißt, es wird dunkel. Es ist dunkel. Gehen wir mal mehr ins Licht? Geh einiger Schrage, also gibt sich sicher, dass ich noch nicht Schie ребята, in denen es noch wasöl имся, oder? Na ja, gut, es sieht keiner, dass ich da nicht ins Wasser drauf habe, ja. Ich bin da eindeutig im Wasser. Na, könntest du doch hier noch eins, zwei, bitte hinstellen, oder? Ich denke schon. Ich glaube, das mache ich dann gleich. Oder sogar drei, wenn ich eines da vorne an die Ecke stelle, wäre aber doch auch okay. Dann hätten wir immer vier Bäume hier, also immer genug Holz, wenn wir es brauchen, auf die Schnelle. Ja, und ich könnte mal ausprobieren, wie das ausschaut, wenn ich es gegen Holz auswechsel. Oh, einen alten Schuh habe ich gefunden, das ist ja nett. Oh, und dieses Mal war es echt ergiebig. So, einmal reparieren. Genau. So. Einmal da, und da, und da. Cool, ich habe jetzt mal richtig viele Haarköder. Den Schuh, den Schuh. Kann ich den auf irgendeiner Kiste auch stellen? Nee. Hm. Ach, warte mal, der Schuh war ja eigentlich ein Beet. Genau. Ich brauche hier unbedingt eine Lampe. Was waren denn Lampen? Planke und Schrott. Okay. So. Oh. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal hier. Ich glaube, das gefällt mir besser. Komm her mal. Ich meine, die Kronleuchter sehen auch ganz nett aus. Aber diese Stehlampe gefällt mir besser. Und man rennt nicht da unten im Kopf dagegen. So, komm her mal. Machen wir es dir auch eine Stehlampe. Äh. Das Schiff bewegt sich zu stark. Na komm, ich brauche dich im Target. So. Und zwar hier, ja. Ja. Gefallen mir die Stehlampe. Und ich wollte dann noch ausprobieren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte lieber das hier, muss ich das vorher abreißen. Okay. Gib mir mal eben die Axt. Ach so. Was geht kaputt, wenn ich das mache? Genau. Könnte ich das jetzt anmalen? Ich habe Durst. Das war jetzt ideal. Genau im falschen Moment. Rein da. Ach so, jetzt wäre es eh leer gewesen. Egal. So, rein da. Wenn ich mir das, das, das und das und das und das nehme. Und jetzt sage ich, dass das Haus, ähm. Ja. Dann könnte ich mein Haus auch anmalen. Ja gut, dann müssen wir Farbe wechseln. Nein, Rot, gefällt mir nicht so. Wie wäre es damit? Zu dem Untergrund, ähm, lassen wir das Thema? So, das wird passen, oder? Nein, würde auch nicht passen. Ähm. Dann machen wir es halt orange. Das könnte ich auch so anmalen. Okay. Aber die Kisten nicht. Ne. Kisten leider nicht. Den Tisch auch nicht. Den Teppich nicht. Die Lampe nicht. Den Anker nicht. Das Bett nicht. Die Uhr nicht. Schade. Da haben wir was zu tun, wenn ich das alles auf Holz wechseln möchte. Ja. Aber warum nicht? Ich meine... Hm. So, die Fische gehören nach oben. Und wir könnten ein paar... Ich komme schon, du heil. Bin schon da. Ja. Du brauchst nicht glauben, dass du hier ungefragt einfach knabbern kannst. Ja, doch. Schaut doch ganz gut aus. Wie schaut das Holz von innen aus? Aha, ich habe es verkehrt herum gebaut. Wann man es genau nimmt. Das da ist die Innenseite. Und R kann man es drehen. Ja. Das da soll außen sein. Genau. Das ist nur die Frage. Kann man das auswechseln? Ohne, dass viel kaputt geht. Ich darf halt nicht mehr als ein Stück machen. Oh. Fünf. Da ist die Leiter. Da können wir dahinter leider nichts setzen. Schade. Das ist auch schade, dass man das nicht an die Wand ranflanschen kann. Aber dann hätten wir hier noch so ein kleines Eckern. Mhm. Warum nicht? Hier könnten wir auch verlängern. So. Das ist aber Quatsch. Wenn wir jetzt noch Holz hätten, könnten wir das machen. Es war aber eins zu weit. Hunger habe ich. Ich komme essen. Ich komme. Bin gleich da. Ach, nehmen wir gleich das und essen wir frisch. So, komm her. Weg nehmen. Weg nehmen. Rein da. Okay. Hm. Doch, die Holzteiler fallen mir. Vielleicht. Ach, ich habe jetzt nichts mehr. Okay. Schade. Holzeiten noch, aber wir sollten vorher wieder tauchen gehen. Zack, zack, aber das machen wir dann in der morgigen Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, Schababa. Da mag ich noch was zum Einsetzen. Jede Menge. Könnte Maume machen. Moment. Da war doch noch irgendwo ein Schuh. Oh, da braucht frisches Wasser. Okay, dann hätten wir hier alles eingepflanzt. Da bräuchten wir nur noch das Wasser dazu. Und dann kann man alles bewässern. So, den Minischuh. Und diesen Minischuh. Und das und das. Und das. Und schon ist das Wasser leer. Wenn man jetzt selber auch noch was trinken will, braucht man eh schon mehr als eine Flasche. rein da. Rein da. Huch. Blöder Hai. So, also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.